Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring im Shadow of the Earth Tree DLC für die Playstation 5. Im letzten Bad haben wir E-Mail geklatscht und Mesmer geklatscht und sorry, ich muss beim Mikrofon mal kurz ein bisschen neu... So, jetzt sieht's besser aus. Was wir heute machen werden, ist endlich diesen Baum anzünden. Damit wir wahrscheinlich endlich in dieses Dunkelheitsschloss kommen. Ich will eine Sache vorher noch machen. Wir aber vorher noch ein ganz kleiner Disclaimer. Es kann sein, dass ich diesen Part heute jederzeit unterbrechen muss. Mal gucken, ob ich dann den zweiten Teil später aufnehme und einfach hinten ranschneide oder ob der Part dann etwas kürzer ist. Das will ich nur direkt mal gesagt haben, weil bei mir im Gebäude nebenan ist gerade eine üble Baustelle, die mich jeden Tag gerade wirklich richtig abfuckt. Und während da gebaut wird, kann ich nicht aufnehmen, weil es wirklich fucking laut ist. Also richtig laut. Und jetzt gerade scheinen sie vielleicht für heute Feierabend zu haben. Vielleicht machen sie aber auch nur Pause und kommen gleich wieder. Dann muss ich dann unterbrechen, weil da kann ich wirklich nicht aufnehmen. Äh, wegen... Also, es ist für das Video zu störend. Ähm, okay. Bevor wir jetzt aber hier gleich hingehen, will ich jetzt noch einmal kurz die ganzen NPCs, die wir so hatten, abchecken. Der Grund dafür, dass ich die nochmal abchecken möchte, ist, wir erinnern uns zurück ans Elden Ring Hauptspiel. Was ist da passiert, als wir die ganzen... Äh, das ist nicht der, der nicht wollte. Da. Ähm, was ist da passiert, als wir den Baum angezündet haben? Genau. Einiges. Und deswegen könnte ich mir unter Umständen vorstellen, dass, wenn wir das hier machen, vielleicht auch die ganzen NPC-Questlines quasi enden. Und ich glaube, wir haben die meisten wahrscheinlich ziemlich verkackt. Zumindest, glaube ich, bis auf Theolier haben wir nicht wirklich eine überhaupt irgendwie nennenswert vorangebracht. Ehrlich gesagt. Ja. Äh, zumindest nicht, dass ich wüsste. Vielleicht hier von ihm noch, von Ansbach. Aber, ja. Daher, whatever. Hast du noch irgendwas zu sagen? Oh ja, sehr gern. Let her for Freya. Okay, dann gehen wir zu ihr. Sie war, genau, hier oben im siebten Stock. Mit ihr hätte ich jetzt auch als nächstes geredet. Dann würde ich aber danach wahrscheinlich nochmal mit ihm reden. Hi, Freya. Ja, aber ich hab was für dich. Ja, hier. Ja, hier. Ja. General Radahn. Hm, Golden Lion Shield. Wir haben ja schon mal zusammen gekämpft, ne? Gegen den Lion-Dude. Okay, dann geh' ich jetzt noch mal zurück zu Ansbach. Dann möchte ich noch mal mit Hornsand reden und mit, äh, Leather. Vielleicht auch mit dem Priester, den ich gerade vergessen hab. Irgendwas mit D, glaub' ich. Eww. Ähm. Aber ich glaube, mehr gab's dann gar nicht, oder? Moore ist ja leider nicht mehr da, haha. Hi. Okay. Ah doch, hier. So interpretierst du's interessant. Und auch das ist wieder alles, was du zu sagen hast. Okay. Kann ich jetzt noch mal mit ihr reden? I wonder. Oh, sie ist weg. Moment. Ist dein Ansbach jetzt auch weg? Oh ja, Ansbach ist jetzt auch weg. Ist bei ihm irgendwas rum? Na, große Klasse. Dann hab' ich vielleicht deren Questlines jetzt doch abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Äh. Also lohnt sich auf jeden Fall vor dem, äh, vor dem Anzünden jetzt noch mal mit allen zu reden. Ich würd' vielleicht eine Sache gleich noch mal kurz ergoogeln. Aber erst mal... Nope. Er ist auch weg. Ha. Alright. Die sind sowieso alle weg. So. Dane hieß er den. Mit dem... Da hab ich ja bisher immer nur Punkt, Punkt, Punkt mit mir gesprochen. Vielleicht spricht er jetzt ja doch mal ein Satz mehr als das. Oh. Er ist weg. Ne, doch nicht. Was ist das hier? Message von Leather? Warum liegt hier eine Nachricht von Leather? Dane passete eine Message. Die Zeilenstrahler sind in den älteren Ruinen von Raoult. Ja, das weiß ich. Sie liegt über die hohe Brücke, leidend von dem ersten Fluss des Störerhaus. Ich würde dich da sein, wenn ich die Arbeit am Ende habe. Ja, da war ich ja schon. Okay. Aber du willst immer noch nicht mit mir reden. Kann ich... Ich könnte den sogar angreifen. Will ich das machen? Ich glaube nicht. Die sind jetzt offiziell immer noch beide da. Gehe ich gleich hin. Ähm. Will mal gucken. Hier, wo Moore sein Lager hatte, will ich mal kurz gucken, ob da jetzt vielleicht noch irgendwas ist, auch wenn ich nicht damit rechne. Doch. Ah. Oh, sein Bell Bearing. Ja, okay. Das ist... Das ist natürlich nice. Ich werde auch hier zu Mademoiselle noch mal kurz gehen. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie mir noch irgendwas zu sagen hat, ehrlich gesagt. Aber... Aber... Äh... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. es würde mich ein wenig interessieren, wenn du nachhaltig bist. Und du nachhaltig bist. Du nachhaltig bist. Und du nachhaltig bist. Und du nachhaltig bist. Und du nachhaltig bist. bestimmt für irgendeine andere Questline oder so. I don't know. Ups. Erstmal den Helm wieder ab, dann Inventar, Scorpion zu. Ist das jetzt, es wird doch nicht einfach nur ein benutzbares Highlightem oder so sein, oder? Boost physical damage negation temporarily and gradual restoration is a greater matter of HP. Okay, doch. Ist ein nices Highlightem, aber ist tatsächlich legit einfach ein Highlightem. Okay, ähm, hatten wir noch irgendwen. Also klar, Leather wie gesagt und den Horns sind. Da gehen wir gleich hin, weil wir hier unten sind Trina und Doria, aber da gehen wir erst, glaube ich, nach dem Baum wieder hin. Imir und Yalan sind weg. Hier oben war niemand jemals. Ne, ich glaube, dann sind nur noch Leather. Und warum stand da jetzt gerade der Hornsand nicht mehr? Warum stand da gerade nur Leather? Ne, er ist noch da. Oh. 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 Most cherished wife and child, it seems vengeance was not mine to enact. Where now should I point my tired blade, where now? Der war jetzt nicht mehr so happy. Hi. Nee, das kannst du vergessen. Wehe ich sie jetzt nicht. Okay, ähm. Ich will mal ganz kurz eine kleine Sache googeln. Noch mal kurz einen Punkt, und zwar wo denn Ansbach jetzt eigentlich ist. Ich kann jetzt nicht noch mal alles absuchen. Falls da noch mal was soll. Letter of Friar. Secret Rightscroll, das haben wir gemacht. Letter of Friar haben wir hier. Anscheinend war das das Ende. Echt? Okay. Keine Ahnung, steht hier jetzt gerade nichts mehr dabei. Das letzte, was da steht, ist das mit dem Brief. Und das haben wir gemacht. Okay. Ja, dann never mind. Kann ich noch leveln? Nö. Ja, okay, dann. Dankeschön. Danke. Dann habe ich jetzt, glaube ich, alles gemacht. Also klar, wir haben noch etliche von diesen, ne, von denen. Und wir waren immer noch nicht in der Unte. Und ich weiß auch immer noch nicht, wie man da hinkommen soll. Das haben wir gemacht. Die Drachen sind noch offen. Etliche Drachen sind noch offen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf Drachen sind noch offen. Mindestens fünf. Fünf, die ich jetzt gerade in Erinnerung habe. Und ich weiß auch nicht, hier dieses große Feld hier oben, ob ich da war. Und falls, ja, sieht aus, als könnte da auch noch... Äh, falls nein, sieht aus, als könnte da auch noch ein Drache sein. Ich war auch hier auf dieser Insel noch nicht. Kann ich... Ja, nee. Egal. Ähm, okay. Liebe Leute. Ich glaube, dann bin ich ready. Also keine Ahnung, ob ich es wirklich bin. Eigentlich fühle ich mich nicht so. Und keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie ganz viel verkackt. Aber, Moment. Eine Sache fällt mir jetzt gerade ein. Ich wollte jetzt aber doch nochmal kurz, ähm... Aber manchmal ist ja, wenn man an so einem Leuchtweuer oder an so einem Grace gesessen hat, danach dann doch nochmal, was passiert mit den Leuten. Ja, genau. Weil Hornsson ist ja ziemlich weg. Der war ja gerade sehr deprimiert. Und Leather ist noch da. Sagt sie noch irgendwas anderes? Ja, dann keine Ahnung. Nö. Dann jetzt aber wirklich. Jetzt haben wir... Jetzt sind wir geno... 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 Sorry für die Geräusche. Ich musste mal kurz gucken. Ich hatte gerade sehr wenig Ausschlag bei... Äh, Audacity. Wollte nur mal sicher gehen, dass mein Mikrofon aufgezeichnet wird. Also, dass das richtige Mikrofon aufgezeichnet wird. Okay, liebe Leute. Es ist soweit. Es ist soweit. Finally. Hello there. Sehr geehrter Baum. Brenn. Das kennen wir ja quasi schon. Das kennen wir ja quasi schon. Oh, ha ha ha. Oh, 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 what the fuck. Moment, da will ich nochmal ein Screenshot machen. Holy shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Das sieht ja wirklich cool aus. Was passiert mit mir jetzt? Bin tot. Bin mit verbrannt. All right. Kurz mal neu positionieren hier. Ah. Moment, wo bin ich denn jetzt? Ich bin ja nicht mal an der Tür unten. Moment mal. Wo bin ich denn? Eneer Elim. Ich kann mich gerade nicht wegteleportieren. Also nicht zu der Haupttür. zu der ich eigentlich gern gewollt hätte. Der große Baum lebt noch. Die Tür ist nicht. Summoning Pool now functional. Wie heißt es hier? Outer wall. Wahrscheinlich zwingt mich das jetzt in irgendeinen Bosskampf rein hier. Hallo, Raouu. Irgendein... Moment. Kann hier irgendein Summon Sign sein? Nee, na. Äh. Nö. Hier oben sehe ich auch keins. Äh. Eneer Elim. Ich fand es übrigens sehr interessant, dass Freya gerade von Radan gesprochen hatte. Oh mein Gott. Ich glaube... Ich glaube, das ist halt legit der letzte Ort des DLCs. Ich habe nur nicht erwartet, dass er so groß ist. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe gedacht, hier laufe ich jetzt easy in einen höchstens zwei Parts durch. Aber... Ich könnte mir vorstellen, dass es doch länger dauert. Au. 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 Okay. Reicht mit dir. Dankeschön. Ja, links, rechts geradeaus sieht so aus, als könnte ich nach rechts nicht. Und geradeaus sowieso... Mh... Ah. Das hier sieht auch nicht so aus, als würde es mir irgendwas bringen. Zumal ich eh zu dick für die Treppe bin. Hiermit kann ich auch nicht interagieren. Erinnert mich auch an irgendwas. Okay. Das ist jetzt gerade kurz ein bisschen lineal. Aber wie gesagt, das ist ja auch gar nicht der Haupteingang. Also warum überhaupt Love... Also... Was... Was ist das? Was soll das? Help me. And then praise the message. Why is it always chaos? Offer healing. And then good luck. Oh God. Oh God. Da hätten wir noch ein Summoning Pool. Und hier waren Grace. What the fuck? Hä? Okay. Also... Ist es safe nicht, weil doch Sachen gerade noch anders aussahen. Aber ich sag mal so. Das sah kurzzeitig sehr, sehr, sehr nach Demon's Souls aus. Also... Ne, wir haben ja schon mal hier diese kleinen Demon's Souls Statuen gefunden. Und das hier sieht gerade echt verdächtig nach dem Nexus aus. Ne, also ist es ganz klar nicht, weil hier fehlt so ein ganzer Teil. So aber diese Treppe und dann die da hoch. Und hier werden dann so diese Statuen, die einen so teleportieren an die Gebiete. Also es... Ist es nicht. Dafür stimmen die Dimensionen nicht ausreichend. Aber... Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Rest of two high up, ja. Ich... Glaub... I don't know. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass hier wieder so eine Treppe ist, die ich... So eine unsichtbare Treppe, die ich laufen kann, aber ich trau es mich gerade nicht. Äh... Irgendwas Spannendes hier auf dem Dach. Ausnahmsweise mal nicht. Okay, aber ich würde mich wegen meinen... Allein wegen der FP... Um... Schon gerne nochmal kurz hier ran setzen. Achso, und was war eigentlich hier unten? Behold, Injustice! Moment. Das ist ein Fahrstuhl? Mesmerfire Grease. Sollte ich den jetzt benutzen, oder sollte ich mich lieber einfach erstmal kurz ans Grease setzen? Das wäre vielleicht gar nicht so unklug, mich einfach erstmal da ran zu setzen. Andererseits sieht das so aus, als würde mich das einfach... Zurück zum Haupttor... Bringen. Jupp. Und ab jetzt, genau, kann ich mich wieder teleportieren. Das habe ich erwartet. Ja, nice! Okay. Dann kann ich ab jetzt wieder tun, was ich tun möchte. Dann würde ich jetzt mal kurz was ausprobieren wollen. Weil soweit ich weiß... Ja, soweit ich weiß... Ich kann aber falsch liegen. Aber soweit ich weiß... Mal gucken. Äh... Hello there. Sieht nicht gesund aus. Sieht irgendwie gar nicht gut aus. Und du sagst mir wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja. Da will ich jetzt noch einmal kurz googeln. Das ist die letzte Sache, die wir dann jetzt googeln. Ähm... Ich meine nur, dass ich hier das letzte Mal gelesen hatte, dass man nach dem... Dass man die Quest weitermachen kann, nachdem man den Baum angezündet hat. Daher will ich einfach nur noch mal kurz gucken. Okay. 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 Krasse Quest erledigt. Okay. First Rise. Wir gehen wieder zurück. Und sorry. Ich muss noch mal was trinken. Ich bin aktuell auf bestimmten Medikamenten, die meine... Hm. Hier dafür sorgen, dass ich sehr schnell dehydriere. Leider. Und... Ihr braucht keine Spekulationen anstellen. Ihr werdet nicht drauf kommen. Ähm... Und... Deswegen... Muss ich so bei 30 Grad draußen... Doch immer mal was trinken. Auch während der Aufnahme. Tut mir leid. Das ist hübsch hier. Erinnert mich an... Ja, ne? Dieses eine Gebiet aus dem Hauptspiel. Ah, fick dich. Lass... Mich. Dankeschön. Ja, interessant, wo du hier hinge... Oh Gott. Gebetet hast. Was haben wir denn hier, Feines? Ich will gegen diesen großen, dicken Dude eigentlich ungerne kämpfen. Ich erinnere mich nur noch, dass der mir beim letzten Mal echt auf den Sack gegangen ist. Oh, ein Rune-Arc. Dankeschön. Aber ich glaube, ich werde auch nicht gegen den kämpfen. Jo, was geht denn hier? Jo, was geht denn hier? Das alles auf jeden Fall, bevor... Mr. Dude seine Runde fertig gedreht hat und wieder hier ist. Dankeschön. Ich glaube, ich werde der Vollständigkeit halber jetzt doch mal gegen ihn kämpfen. Aber ich lasse ihn erstmal noch kurz ein bisschen laufen, damit ich mich um die hier kümmern kann. So, ich glaube, er hat mich immer noch nicht bemerkt. Doch hat er. Eww. 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 Nice. Und reicht. Mit dir. Cool. Irgendwas hat er gedroppt, das war so meine Hoffnung. Also gar so ein... Okay, ja, dann war es das auf jeden Fall wert. Äh, hoch, runter, hoch, runter. Erstmal runter, weil eigentlich will ich ja hoch. Ich will ja eigentlich nicht runter. Also erstmal runter, um mich umzuschauen, ja eigentlich sinnvoller. Richtig? Oh Gott. Hier schon wieder. Okay, den Beast Bones, Dankeschön. Da hinten liegt noch mehr. Ich glaube, da lag ein Fragment sogar. Schedule Tree Fragment. Die haben wir jetzt sehr, sehr lange nicht... Also keine neuen gefunden, ne? Mushrooms brauche ich nicht. Ich muss übrigens auch gleich nochmal da... Ich muss da endlich dran denken. Äh, wenn ich das nächste Mal bei einem Grace bin, würde ich... Fuck. Da bin ich gar ganz schön zusammengesch... Und weg, du kleiner Pimmel... Pimmel... Pomm. Äh, sobald ich das nächste Mal an einem Grace sitze, würde ich... Zurück zum... Zum Roundtable nochmal reisen. Äh. Äh, weil... Äh, ich habe noch ein oder zwei Bell Bearings. Also eins auf jeden Fall... Oh, Spirit Dash, okay. Ich glaube aber, dass ich sogar noch ein zweites habe. Und hier lagen sogar zwei Spirit Ashes. Nice. Ähm, also ich habe auf jeden Fall das von Moor, was wir gerade aufgesammelt hatten. Aber ich glaube, ich habe irgendwo anders noch eins aufgesammelt. Und zwar nicht das, was ich schon... Was ich jetzt schon vor ein, zwei Parts abgegeben hatte. Ich meine, dass ich noch eins aufgesammelt hatte. Aber ich kann mich irren. Ansonsten haben wir mindestens das von Moor im Inventar. Oh, äh. Eau. Kamera, danke. So, was ist das hier? Ist das Sand? Rain. Naja. Fast. Interessant, dass Sarah Darns Hut auf hatte gerade. Äh. Warum sind hier so viele... Okay, ja. Strong Foe, aber Grace Ahead. Ja, deswegen sind hier so viele... Blood Stains. Lohnt sich das, über den Baum jetzt darüber zu gehen? Wahrscheinlich ja. Trotzdem vorsichtig, bitte. Äh. Äh. Okay. Spira. Ein weiterer Zauber, den ich wahrscheinlich niemals benutzen werde. Aber danke trotzdem. Im Leben. Wenn ich den Spielstand behalte und irgendwie in 20 Jahren oder so dann doch mal... diesen New Game Plus von Elden Ring gehe. Weil vorher werde ich glaube, Elden Ring nicht nochmal spielen. Ähm. Wer weiß. Vielleicht benutze ich die ganzen Zauber dann und mache voll den dicken Magier... äh. 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 Bild oder sowas in der Art. Hm. Okay. Jetzt hieß Grace Ahead, ne? Ach, viel Scheiße. Das ist ein... Das ist nicht einfach nur ein Doppelschwert bietet. Das ist einer mit so einem Kopf von einem Dancing Lion, ne? Oh, der macht was. Schickes Schwert. Also schickes Wurzeln oder sowas. Okay, heilen, heilen, heilen. Oh, wie? Äh, äh. Wieso hatten meine... ...rote Klinge gerade nicht getroffen? Boah, Alter. Ja, ich verstehe schon. Aber Strong Ahead auf jeden Fall, ne? Boah. Oh, liebe Scheiße. Ja, hoffentlich stimmt das jetzt aber, dass da ein Grace dahinter ist. Und der droppt nicht mal was. Are you fucking serious? Also viele Runen hat er mir gedroppt. Aber kein Item. Kein Item. Ähm, waas. Aber der war... Oh Gott, sick. Äh, ich bin mal weg. Schau. Da oben ist nämlich... Oh. Oh. Ah. Ah. Holy fuck, Alter. Das wird... Fick dich. Noch einer. Aber das ist, glaube ich, ein kleiner, oder? Äh, Moment. Das sieht aus, als wäre hier was. Könnte hier das Grace sein? Item. Interessante Hütte. Inquisitor Ashes. Auch interessant, aber... Grace. Grace? Wo bist du, Grace? Scheiße. Ja, wahrscheinlich hinter der Treppe hier dann. Okay, können wir mit dem hier mal schnell dealen. Oh, nicht mehr. Okay, noch ein Highlight. Und wenn da jetzt kein Grace ist, ist das so problematisch. Was, was, was schießt mich ab? Ich habe... Ich habe... Also, ich weiß nicht, was mich abgeschossen hat. Ich hoffe, dass hier ein Grace ist und kein Boss zu lassen, weil ich habe... Noch, Dankeschön. Ne, das ist ein Cross. Aber auch ein Grace. Okay. So, kurz mal letztes Highlighten zur Sicherheit. Was abandonst du hier? All my fears. Okay. Also ist Mikkler jetzt the fearful... Ne, the... Nicht so fearful, meine ich. The fearless. Mikkler, the fearless. Mikkler wird doch safe der Endpost vom DLC sein, oder? Als ob Mikkler... Als ob der jemals irgendwie lieb war. Oder toll, oder was weiß ich. Äh. Ja, die... Die Fragmente hier reichen leider nicht. Aber immerhin das. Level up. Mäh. 130.000 kriege ich auch, glaube ich, nicht mal eben zusammen wieder nah. Mäh. Alright. Äh, ha. Moment. Bevor wir es vergessen. Ich... Ich würde es wieder vergessen, wenn ich es jetzt nicht sofort mache und diese fucking Bell Bearings dahin bringe. So. Hello there. Ich habe was für euch. Hi. Äh. Ach, Emirs. Stimmt. Ja, für die Zauber. Okay. Ja, dann würde es gar nicht mal so unbedingt... Fünf Uhr. Was hattest du denn? Oh, du hast noch mehr. Das hast du doch nicht alles schon beim ersten Mal... Beim letzten Mal verkauft, oder? Well... Okay. Irgendwas, was ich hiervon haben will, wahrscheinlich nicht. Bei ihm wahrscheinlich genauso wenig. Was ist das denn? Fleeting Microcosm? War das beim letzten Mal auch schon da? Das sieht ja crazy aus. Ich kaufe es mal einfach, weil es cool aussieht. Kann es eh nicht ausrüsten. Fand es übrigens interessant, dass das Shop Collection fünf ist und ich habe davor eins und zwei, also mir fehlen einige. Aber ich glaube, ich habe viele einfach auch halt Shops und weil ich sie nicht gekillt habe. Das ist übrigens sehr cool, dass man diese Shops hier, dass man auf die zugreifen kann, auch wenn man die getötet hat oder so. So. Die Lanze. Naja. Noch keinen einzigen weiteren Sechser gefunden. Krass. Okay. Dann nicht. Dann möchte ich aber, glaube ich, Yolan nochmal aufstärken, verbessern hier. Einfach so. Warum nicht? Weg mit den Seelen. Ach so. Und ich wollte Mesmos Rüstung natürlich eigentlich auch noch ausrüsten. Cool. So. Yolan aufgestärkt und mit den letzten 55.000 Runen würde ich mir einfach mal Mesmos Rüstung kaufen. Weil warum nicht? Einfach für die Collection. Gibt ja kein Inventar Limit in dem Sinne. Äh... Wo geht es los hier oben? Dumm. 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 Jetzt haben wir noch 10.000. Wir könnten noch was kaufen. Die Royal Knight-Dinger vielleicht. Oder die hier. Wann auch immer ganz cool eigentlich. Äh... I don't know. Ähm... Quickswrap. So. Dankeschön. Und wieder zurück nach... Im... Leid... Der... Wie hieß es? Inia Elim. Alter hier im... Laat. Sorry. Ähm... Inia Elim. Das ist wo wir hergekommen sind. Richtig. Richtig. Alright. Liegt hier noch was Feines? Ich glaube nicht. Let's go. Finger in... Manchmal bin ich mir selbst peinlich. Keine Sorge, liebe Leute. Kann ich aus dem Fenster springen? Ja, ach, hier bist du, du kleiner... Du hast mich da unten abgeschossen und ich hab's nicht... Ernsthaft, jetzt ist das Item da runtergefallen. Oh. Hi. Was hast du denn fallen gelassen? Ins Misching Stein Nummer 9. Ich brauch aber ohne Somba und 3 weniger. Nummer 6, bitte. Und davon ungefähr so 10 plus. Das wär cool. So 20. Komm ich wahrscheinlich niemals ran im Leben. Äh. What? Äh. Okay. Muss ich hier raus über das Dach? Anscheinend ja. Ha. Und dann hier weiter hoch. Ja, große Klasse. Oh, ne. Oh, ne. Nicht hier. Wieso hält der so viel aus als Vogel? Ich hab noch sonst nicht so viel ausgehalten. Holy damn. Das erinnert mich grad an... Oh, ne. Nicht noch mehr. Oh, ihr wisst doch, wie ich zu den Vögeln stehe. Ich mag die. Ich hab das ungute Gefühl. Da werden uns noch einige hier bevorstehen von denen. Äh. Na, große Klasse. Den konnte ich auf dem Pferd immer so schön einfach, ja, davon reiten. Das wird hier jetzt nicht so einfach funktionieren. Hm. Oder kann ich den nur rufen? Ne. Also, äh. Was? Nein. Ich hab dein Loch in der Tasche. Ich mag euch nicht, ihr Vögel. Hallo. Wo bin wir zuerst rein? Ich glaub, erst mal wieder hier rein. Jawohl. Bist du ein Fragment? Ne, du bist bestimmt auch nur so eine Asche. Man kann sich von denen jetzt so viele bekomme. Als würde mir das Spiel sagen, ruf beim nächsten Boss den Mimictier. Oder Yolan oder wen auch immer. Hauptsache jemanden. Oh Gott, Gegner. Der hat sich gerade ordentlich in das Gebiet hier einge... Ähm. Also der sah halt aus, als wäre er Teil von der Wand, so. Kleines Kibbeleon. Ist schon sehr spannend hier. Kann auch recht weit gucken. Naja, wenn da nicht dieser Sandnebel wäre. Hallo. Hallo? Oh, ein Fragment. Vielleicht habe ich jetzt genug, um das wieder zu... ...bestärken. Oh, ne. Oh. Ernsthaft? Na ja, der andere hat mir ja aber auch nichts gedroppt. Also vielleicht sollte ich an dem einfach entweder vorbeirennen. Oder vielleicht kann ich auch bei ihm ein Mimictier rufen. Wixer. Muss ich jetzt die scheiß Vögel nochmal töten? Alter, wirklich. Das sind meine Hassgegner im ganzen Spiel. Ja, ich sehe das. Was soll ich machen? Nicht schon wieder. Ich weiß nicht mal, worum das zusammenhängt. Also so viel kann ich euch sagen. In meiner Internetverbindung... ...normalerweise liegt es nicht. Aber andererseits, naja. Manchmal weißt du nie. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade uploade. Aber eigentlich kommt meine 500k-Leitung... ...oder wie viel auch immer das waren... ...damit ganz gut, klar. Ich sage natürlich extra normalerweise. Bist du taub? Wir kämpfen hier. Hm. Hm. Vielleicht kann ich hier auch einfach den Dude umlaufen. Weil wenn ich nicht gegen ihn kämpfen muss, dann mache ich das auch nicht. Hui. Horned Warrior Ashes. Neutralizing Ballases. Stanching Ballases. Interessant. Wir haben diesen... Wir haben den Doppelschwerdude. Oder Zweihandschwerdude. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es war der Doppelschwerdude. Äh. Also Doppel... Also Zweihandschwerdude. Ich glaube, den haben wir gerade als Ashes bekommen. Müssen wir jetzt. Ja, wusste mal denn jetzt. Noch ein Golden Horn Tender. Nicht, dass wir es brauchen würden. Also wahrscheinlich schon. Aber... Mache ich halt einfach nicht, weil ich dumm bin. I guess. Komme ich jetzt aber auch wieder dahin, wo ich gerade war? Oder nicht? Da ist er. Ich könnte mich jetzt hier einfach an ihm vorbeischleichen, ne? Oder ich mache eben den hier. Das ist schlecht. Das ist so ein Kack-Gegner, wirklich. So ein Kack-Gegner. Was soll ich denn machen? Wahrscheinlich hätte ich zu ihm rollen sollen, statt weg. Aber trotzdem. Mach doch sowas nicht. Es ist doch unnötig. Ne, ich kämpfe jetzt nicht nochmal gegen die Vögel. Ich sprinte da jetzt einfach durch. Das ist mir zu doof. Bin ich ganz ehrlich. Das ist mir zu doof. Aber hier habe ich Fragmente genug, oder nicht? Natürlich immer noch nicht. Aber wenigstens sowas nochmal. Okay, ja, danke toll. Ciao, ciao, ciao. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Und das für diese drei Runen oder sowas. Muss doch nicht sein. Muss doch nicht sein. Muss doch nicht sein. Kannst du bitte da hoch springen, meine Güte. Ich gehe wieder den Weg, einfach weil ich mich von hier dann gefühlt doch an den Vögeln besser vorbeischleichen kann. Hallo? Aber ich werde gegen den Safe nicht kämpfen. Also ich hätte, ich hätte den wirklich gern besiegt. Ich würde, also in den, in den Gebieten, wo ich kein Pferd habe, mag ich es eigentlich nicht so, Gegner einfach zu umrennen. So, da will ich dann auch schon aufgeräumt haben. Aber ganz ehrlich, der hat, der, ne. 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 Der ist es mir nicht wert. Bin ich jetzt hier drüber, über dem, über dem Grace, ja. Sombasex, ja. Ohne Somba wäre schön. Ohne Somba wäre genau das, was ich haben möchte. Oh Gott. Ist es ein paar Stunden nach oben oder nach unten? Es könnte nach unten, ne, ne Abkürzung zum Grace sein. Äh, ich probiere es mal aus. Sieht gut aus. Hatte ich gesagt nach oben, also ich meinte nach unten. Also auf jeden Fall zum Grace halt. Da war noch ein Gegenstand. Wo bin ich denn hier jetzt? Ah. Moment. What? Wo bin ich denn hier jetzt? Das sieht nicht aus wie eine Abkürzung zu dem Grace, oder? Gravebird Helm, okay. Naja, aber hier war das nicht. Aber vielleicht nach unten. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, was das hier, was das jetzt ist für ein Fahrstuhl. Vor allem, weil da ja noch der, was aussah, wie der Storyweg gerade aus war. Ne, da unten ist nämlich das Grace. Aber hier ja nicht. Wo sind wir denn hier noch? Ach. Bin ich hier jetzt hinter dem, hinter dem Vogel? Ne, bin ich nicht. Hier ist ein Tänzer. Oh, ne, nicht so einer. Habe ich so einen überhaupt schon mal legit besiegt? Ich glaube nicht, weil der mir einfach zu sehr auf den Nerv geht. Oh, nein. Das sind wirklich echt mit die nervigsten Gegner in dem DLC. Einfach überflüssig. Ich würde gerne einfach dran vorbeirenden. Okay, aber das hier ist alles auf jeden Fall keine Abkürzung zu dem Grace. Also so gar nicht. Ja, nice, aber ach guck mal, da hinten. Ja, dann hatten wir den hier vorhin noch sitzen sehen. Ist ein ist definitiv ein nice item, aber nicht also ich hätte mir lieber eine Abkürzung zum Grace gewünscht, bin ich ganz ehrlich, um nie wieder an diesen Vögeln vorbeizumüssen. Wenn ich an dem Tänzer jetzt gerade gestorben wäre, bis da was passiert wäre, hätte ich nochmal an den Vögeln vorbeigemusst. Und an dem Eisritter Dude. Aber dann wird doch die Treppe hoch da jetzt bestimmt gleich ein Grace sein, oder? Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass ich den Weg dann irgendwie jetzt bis, keine Ahnung, zum nächsten Boss oder so nochmal machen müsste. Glaube ich nicht. Komm, Elden Ring spammt doch normalerweise die Grace ist einem so hinterher, dass sie doch bestimmt und eins sein wird. Naja, ich seh dich. Komm, Bimic-Tier. Nice, dankeschön. Oren Warrior ist Greatsword. Okay, wenn ich da jetzt, wenn da oben jetzt ein Grace ist, teleportiere ich mich zurück und mache den Eis-Dude auch noch. Aber mit Mimic. Weil wenn ich weiß, dass ich das machen kann, dann... Und wenn ich weiß, dass die jetzt anscheinend vielleicht manchmal sogar doch was droppen, dann ist es das ja vielleicht doch sogar wert. Summoning Pool. Machen wir uns hier schon wieder im Summoning Pool. Danke. Ah, ich hab Sorge. Ich hab Sorge. Jetzt müsste ich aber genug haben, um mich hier... um mein Schadensbegrenzungs-Dings nochmal aufzuleveln. Ha? Bitte? Jawohl. 16. Dankeschön. Ähm... Okay. Ne. Pass-Time brauchen wir nicht. Das hier ist Cleansing Chamber Anterom. Äh... Spiral Rise müsste das gewesen sein. Also einmal, ja. Ein letztes Mal noch gehen wir diesen Weg. Und ja, ich werde jetzt auch die Gravebirds nochmal töten und die Magier und so weiter. Einfach um sicher zu gehen, dass mich das jetzt alles nicht kaputt nervt. Dann rufe ich mein Mimic. Und dann machen wir den Eis-Dude auch noch weg. Weil ich hab das Gefühl, das sind alles Gegner, die nicht respawnen. Und dann kann ich mir das einmal antun. Alter. Ah, schön. Alle drei getriggert. Toll. So macht es Spaß. Konzentration. Es sind nur so ein paar Vogelgegner, okay? Alter! Kommt, nervt mich nicht wirklich. Angriffsfrequenz von diesen Kackvögeln. Also wenn du den ersten Schlag gegen die landest, dann können die nichts. Aber wenn die einmal in ihren blöden Fickfressen Attacken haben, ey, ist das nervig. Wirklich unglaublich. Scheißgegner. Ich hasse die. Schon den ganzen DLC lang. Ich hasse die. So. Jetzt sind wir gleich wieder bei Eis-Dude. Meiner wesentlich kleineren Kampf-Arena. Oh, naja. Mimik. 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 Ich kann ihn nicht rufen. Ich kann ihn nicht rufen. Warum nicht? Ich kann ihn nicht rufen. Dann halt ohne Mimik. Meine Fressen. Drop wenigstens was. Nichts. Es ist unglaublich. Ich hasse ihn. War es nicht wert. Okay, zurück zur Cleansing. Cleansing Chamber. Okay. Ich will mich hier nochmal ran setzen, weil ich nicht weiß, ob das quasi mich als, also hierhin zurück teleportiert, wenn ich sterbe, wenn ich mich nicht ran gesetzt habe. So. Hier irgendwo ein Summon Sign oder so, wenn wir schon einen Pool haben. Also nicht von einem Spieler, sondern von einem NPC. Sieht nicht so aus. Ich sehe, wer da steht. Ich sehe es. Das ist Leather. Und ich glaube, die wird nicht so happy sein darüber, was ich, wie ich ihr so bisher gegenüber war. Aber hier kann ich wirklich, ich kann hier niemanden beschwören. Den Horn Sand oder so oder Freier. Wer hat es gesagt? Oh, What? Be summoned to challenge Needle Knight Ladder and her allies. Theorlea. Theorlea. Ansbach. This Corporate will not arrive until the time is right. Okay. Pure Blood Knight Ansbach will be summoned as a Corporate at the appropriate time. Theorlea will be summoned as a Corporate at the appropriate time. Wahrscheinlich, wenn ich hier reingehe. Be summoned to challenge Needle Knight Ladder and her allies. Boah, kämpfe ich jetzt gegen, keine Ahnung. Horn Sand, Dane und Freier? Wie ist es Freier? Na gut, ja. Meet on a Battle Square. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Eneer Ilym. Freier summons us an adversary. Oh Gott. Die kann natürlich auch Estes. Oh. Oh. Dein Lord ist slain. Und du bist nächster, Amerika. Oh, und jetzt kommt Ansbach. Okay, die kommen also alle so nacheinander. Ja, aber ich bin jetzt halt schon tot, ne? Danke, Ansbach, für deine Verspätung. Okay, also ich kann Ansbach und äh, und, 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 die Oralier. Hier, Summoner. Ich habe das Gefühl, dass ich das machen sollte. Den Miming Knight sowieso, also, ja. Okay, können wir dann, danke. Boah, das, äh, könnte ein ziemlich ätzender Kampf sein. Okay. Na ja. Oh, was, als ob wir beide nicht getroffen haben, oder hat er nicht abgewehrt? Wir würden doch nicht uns beide abgewehrt haben. Oh, fick dich. Das ist ein bisschen hart gerade. Ich hoffe, die haben alle wenigstens, wenigstens nur einen S-Lusser. Jetzt ist Ansbach mit dabei. Ja, genau. Hilf mir mal hier bei Friar. Zu der hast du doch auch deine persönliche Prüfung. Ist da gerade noch jemand? Oh Gott, jetzt ist der Dane hier. ne, der zaubert. Oh Gott. Okay, auf den will ich mich, glaube ich, progressieren. Ja, wobei, noch nicht ganz, weil Friar ist weg. Oh, Hornsand ist auch weg, nice. Dann weg mit Dane und vielleicht mal kurz, ah scheiße, ich wollte gerade sagen, so kaputt schwimmen, dass er vielleicht sich nicht heilen kann. Needle Knight Letter, Summoner's Anniversary, ach du Scheiße. Oh, nice. Das geht doch. Sie ist wahrscheinlich jetzt die tatsächliche Schwierigkeit hier. Wer ist denn da noch? Oh, die Orlea ist da, nice. Dane ist weg. Das ist eine richtig coole Schlacht hier gerade. Trotzdem nicht übermütig werden. die Orlea wird ihrer Poison auch cool. Das war Letter. Letter Sword. Hi, danke Theorlea, danke Ansbach, danke Mimictir. Holy shit. Jetzt müsste ich aber wieder zurück, ne? Returning to your world, ja. Needle Knight Letter and her Allies are defeated. Aber warum Hornsand? Und, also Friar, ja, okay, ich verstehe es. Die hat mir gesagt, oh Gott. Oh nein. Oh nein. Sie sind alle tot. Freya? Freya's Greatsword, Freya's Helm, Freya's Armor, Freya's Gauntlet, Freya's Greaves. Bist du wirklich tot? Oh. Hornsand, Booty. Falks. Caterpillar Mask, Braided Cordrobe, Braided Armwraps, Soil Loin Cloth. Nein, hör auf damit. Das ist disrespektvoll. Hier ist Monsieur, nur Leather liegt hier noch nicht gut dabei. Dane's Foodwork. Aber nicht seine Rüstung, nur sein Foodwork. Seine Waffe quasi, glaube ich. Und das da oben, das ist doch, das ist doch alles eine Anspielung hier an Demon's Souls. Hallo Leather. Leather's Armor. Sie ist auch tot, also ich kann auch nicht mit ihr reden. Ha. Interessant. CE, das hat ein Natur, schon wieder von Natur aus C-Scaling schwer, das ist nice. Worn Warriors, das Falks. Curved Greatsword, woanders hin. Leather's Schwert, Light Greatsword. Okay, dann haben wir hier unten noch den Schild, stimmt, den hatten wir auch noch gefunden. Der, achso, ne, der vergleicht gerade mit meinem Schwert, ich habe mich gar gefragt, wieso ist der denn so viel besser als mein Schild, aber ne. Interessant, ich erinnere mich. Ähm, Foodwork Hand-to-Hand. Ähm, noch irgendwas Neues gefunden oder aufgehoben? Ich glaube nicht. Nö. Aber, auf jeden Fall eine coole neue Waffen-Collection. Klar, die ganzen Rüstungen haben wir auch noch. Aber, da jetzt alle nochmal durchgehen, müssen wir eigentlich nicht. Ich wollte vielleicht nur bei der Rüstung nochmal gucken hier. Mhm. Äh, wegen Messmas-Rüstung, wie die sich hier so eingliedert. Ja, die sind schon auch alle nicht verkehrt, aber ich bleibe erstmal bei meiner. Wir bleiben generell erstmal hierbei. Mit allem so. Okay, ich würde dann jetzt beim nächsten Grace auch den Part beenden, nur dafür würde ich das nächste Grace erstmal gerne finden. Könnte sein, dass es hier ist, bald. Ich frag mich auch, wie viel noch ist, also wie weitläufig das Gebiet noch ist. Klar, wir haben ja gesehen, nach oben geht's noch ein bisschen, aber ich weiß nicht, haben wir jetzt ein Viertel? Oh, hi. Haben wir jetzt die Hälfte, haben wir zwei Drittel, sind wir jetzt direkt beim Endboss. Hi, Ansbach. Das war eine wunderschöne Begegnung, um sicher zu sein. Jetzt, ich glaube, das bleibt nur eine. Aber in Wahrheit, ich kann mich nicht schlafen, meine Quiverung. Herausforderung zu einem Gott ist keine kleine Sache. Ask about the Oralier. Oh, Steph. Something you want to get off your chest? Well, you needn't worry. It was you, wasn't it? Who defeated Lord Moog? Fear not. I bear no grudge against you. His eminence was felled in an honorable duel. And such are the risks of seeking lordship. Besides, what right have I to complain? I blame the enchantment more than anything. Righteous tarnished, we will have our victory. I swear I'm on my plan. Dankeschön. I swear I swear I'm on my plan. Alles klar. Okay, danke Ansbach. Das ist wirklich, glaube ich, hier mit mein Lieblingsanpice. Das ist ziemlich cool und ist wait ist hier wirklich jetzt schon das Ende? Weil das sieht mir erstaunlich gefährlich nach einer Endboss-Tür aus. So bin ich jetzt mal ganz ehrlich bin. ich bin wesentlich weiter oben als ich dachte. Ich hätte ich dachte, ich hätte jetzt gerade so vielleicht den Mittelpunkt erreicht. Ähm. Aber nun ja. Das sieht nicht nach einem Mittelpunkt aus. Hier ist nochmal Ansbach. Nochmal D'Orléa. Okay. Äh. Ah. Kann ich mit D'Orléa jetzt auch nochmal sprechen oder weniger? Äh. Äh. Okay. Ich hätte nicht gedacht. Also das sieht jetzt schon gerade sehr Oh. D'Orléa ist weg. Sehe ich irgendwo noch das keine Ahnung so ein NPC Logo irgendwo hier von The Orléa. Ne. Seht nicht so aus. Hier ist nur noch genau. Okay. Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz hier runter damit ich weil ich glaube ich kriege mit den Runen die ich im Item habe kein Level mehr voll und wenn da wirklich der Endbus ist will ich da nicht mit den vielen Runen reingehen dann würde ich lieber einfach diesen Shop hier nochmal aufkaufen ha Ja weil warum nicht immer noch Elden Nord Armor die ich nie gekauft habe noch mal her damit gehen wir erstmal mit wie viel haben wir noch viel noch Queens Leggings Queens Bracelets und ich glaube damit habe ich hier alles aufgekauft haben wir noch irgendeine neue Remembrance naja das ist Mesmer Mesmer würde ich eigentlich ganz gern fast schon verdoppeln hinter der Kirche müsste ich eigentlich nicht aber joa hier noch irgendwas ich hab halt das hier alles noch gefunden aber ob ich das jetzt verstärken soll weiß ich nicht Olek Jos Mira kann einfach mal noch ein bisschen verstärken einfach aus Spaß so und beim Schmidt tja gute Frage wirklich weiß ich nicht Letters Schwert aus Spaß könnte ich verstärken aber irgendeine Waffe war doch hier war das Freyas Waffe die gerade so ein bisschen mich auch angesprochen hatte ja das war das mit dem können wir ja hier einfach mal ein bisschen nö können wir nicht ach das ist auch nur normales mit den steins was soll das wir immer noch keine sechse haben wirklich das macht mich ja wahnsinnig hier wir brauchen mal die sieben dafür habe ich meine sechse alle aufgebraucht na große klasse für die kack Waffe mhm ok ja komm dann machen wir jetzt aus Spaß mal hier mein Schild auf vollständig und ja wie viel haben wir jetzt noch wie viel runen 22.000 dann gehen wir nochmal hier hinten irgendwas kaufen einfach Hauptsache Hauptsache ohne runen in diesen boss raum gehen Hauptsache nicht komplett verschwenden warte ich brauchte doch noch schmieden steins 1 ne keine ahnung so 20 oder so ja 18.000 hiervon noch 8 und hiervon noch 3 und dann können wir noch so ein bisschen was von den Rüstungen hier kaufen so 2200 kriege ich wahrscheinlich jetzt gerade mit meinen Code Runen Items nicht mehr zusammen na nö nö ok dann bin ich zufrieden liebe Leute äh falsche Karte was waren hier eigentlich noch so für Emphasis wer bist du Muriel Pastor Vaus wer waren das wer waren das eigentlich ich erinnere mich nicht mehr an das Hauptspiel das ist so lange her so ich will doch mal gucken ob ich hier vielleicht irgendwo bei einem toten NPC oder so noch was aufheben kann ach das war's du neuer Prozent ich erinnere mich an dich die Präerbuch habe ich noch und so was noch Menschen dringend Präerbuch er ist um um dann habe ich jetzt hier irgendwas Cool. You don't need Absolution. Cool. Auch nicht, obwohl ich eine Muhr getötet habe. Den hatten wir hier noch. Ich gucke mir die jetzt nicht alle an. Aber nur mal kurz das Interesse. Äh, Renala, Sorcerer Salon, Isolated Merchant. Ach ja, die ganzen Merchants. Stimmt. Stimmt. War Counselor Eiji. Wer war das denn? Den kann ich mir ja gar nicht mehr erinnern. Wer ist hier noch? Noch ein Merchant. Nomadic Merchant. Fingerreader Crone. Okay. Merchant. Dungeater. Ach man. Shabiri. Hier sind auch noch irgendwelche Bosse, also irgendwelche Höhlen, die ich anscheinend, wo ich die Bosse nicht gemacht habe. Anscheinend. Tja, ja. Spannend, spannend. Okay, ich will nur noch mal kurz wissen, wer Eiji ist. Weil an Eiji kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und danach reicht's für heute. Fingerreader Crone. Ne, wo war Eiji? Hier. Und dann gehen wir wieder zurück ins DLC-Gebiet. Beenden den Part. Und vielleicht sind wir dann im nächsten Part tatsächlich schon fertig. fertig. Eiji. Ach, keine Ahnung. Warum, warum tue ich das gerade überhaupt? Ich erinnere mich aber gerade an noch was. Wo war denn hier der, der Dude, der so am Sterben war? Was war das? Das war hier, oder? Ne. Wo war denn das? Da war doch irgendwann mal so ein Dude, der so rumgeweint hat, weil er so gerade am Sterben war. Was hier? Kann sein. Ich glaube, ja doch, es war hier. Genau, und hier waren die Vögel. So, dann war das doch genau hier. Da können wir noch mal schnell hingucken. Vielleicht ist er zumindest mittlerweile gestorben und da liegt sein Loot oder so. Weil ein NPC-Zeichen ist nicht da. Also, reden kann ich mit ihm anscheinend nicht mehr. Es war genau hier. Aber hier ist auch niemand mehr. Ja, schade, schade. Schokoladenkacke. Okay, gut. Dann halt nicht. Äh, First Rise. Ne, Outer Wall. Spiral Rise. Divine Gate, Throne Staircase. Das klingt schon irgendwie wie so Das Leuchtfeuer. Das Grace vorm Endboss. Okay, aber machen wir halt jetzt nicht mehr, ne? Weil ist spät. Tschüss.